Die Weltranglisten minus 65. Aus Neumünster unterlag der Amerikanerin Christina Merkel 6 zu 7, 4 zu 7, 6 zu 4, 3 zu 6. Damit gewann die Weltranglisten minus 88. Merkel auch den vierten Vergleich gegen Bartel, für die es in diesem Jahr bereits das sechste Erstrunden aus ist. Die 27-Jährige war beim mit 250.000 Euro dotierten Sandplatzturnier in der Metropole am Bosporus die einzige deutsche Start-Ärin. Mitte April war Bartel im Schweizer Lugano noch bis ins Viertelfinale gekommen. Punkt, 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 Punkt.